Wir kennen sie noch! Ein Tag Suicide! Und jetzt... Und jetzt... Brennen wir das an, das klar ist, oder? Und jetzt fützeln wir den Scheissdreck runter! Wenn er dann noch eingefützelt ist, wird er dann in seinem Katheter eine Richtung angehängt. Dann können wir das machen! Wenn wir dann für den Randy Morgen den Katheter ankämpfen, dann facken wir den Scheissdreck und 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 dann facken wir das eine Richtung verbessern Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020